So meine Freunde, damit herzlich willkommen zu einem neuen, ne, nicht einem neuen, sondern einem neuen Pokémon X und Y, doch einen neuen, aber nicht, Pokémon X und Y, sondern ein Live-Kampf, äh, in zwei einem Kampfblaser. Tut mir sehr leid, die Aufnahme von Morbol und mir, wir haben gerade eine halbe Stunde aufgenommen, war ein ziemlicher Stall-Battle und, ja, war aber ein geiler Battle, ist leider wegen meiner Dummheit hier, ähm, verloren gegangen. Meine Webcam und Audio-Datei hab ich nicht aufgenommen, zum Glück, ich seh's hier, sie wird aufgenommen, also die habt ihr schon mal. Und, ja, da müssen wir den Kampf wahrscheinlich auf Freitag verschieben oder so, und, ja, tut mir leid, aber ich dachte mir, in meiner ganzen halbjährigen, äh, Poker-Tuber-Zeit hab ich kein einziges Mal hier Kampf oder so hochgeladen, weil er ist der Router seit einer Woche? Woche hier unten steht, damit das Internet auch hier hochreicht, und das hab ich ja alles schon mal erklärt, deswegen machen wir einfach mal einen Kampf, würde ich mal sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich da eine Statistik oder ein Elo hab, weil ich hab da, glaub ich, mal vier Kämpfe gemacht und alle vier gewonnen, und sonst, nein, Spaß beiseite. Und ich hab ein ziemliches Trial-Shit-Team dabei, ihr wisst Bescheid, äh, ja, Herausforderung annehmen gerne. Und meine Statistik, wo da ein Scheid zurückgesetzt, da steht nämlich 0 zu 0, okay, eigentlich hatte ich vier Sieger, aber, naja, dann hätte ich vielleicht höher oder bessere Gegner gekriegt, jetzt krieg ich einfach Standgegner. Und ich hab dabei ein 4-8-Rotendantel, Turbots, Apoqualypt, Digga-Spy und Gluck-Y, ziemliches Trial-Shit-Team. Mir ist jetzt auf die Schnelle nichts eingefallen, weil sonst hätte ich auch den Kampf mit jemand anderem aufgenommen. Ich hab nicht mehr so viel Zeit und wir spielen gegen jemanden, der schon ein paar Mal verloren hat, denn es ist sie oder es, äh, also, eine 1439er-Rating und sie hat dabei ein Kwa-Yu-Zu, Kwa-Yu-Zu, Fully-Purba, okay, Fully-Purba ist jetzt nicht grad Trial-Hard, äh, Fully-Purba, ähm, das ist ein Ampfer-Wurst, wahrscheinlich Mega, Fenexes, äh, Duren-Hugard, Huren-Gard von Joby, ähm, und Tyranitar. Okay, wir können uns nicht über Trial-Hard beschweren, denn wir haben selber sehr viel Trial dabei, hm, auf jeden Fall, mein Fiaro wird sie wahrscheinlich mit Fenexes und Ampfer-Wurst auskontern wollen, also Digga-Spy nehme ich auf jeden Fall mit, als Lead eher unwahrscheinlich, ich werde auch Turbots mitnehmen, um Digga-Spy oder das Kwa-Yu-Zu auszukontern, ne, nicht Turbots, Turbots ist ja langsamer, wobei ein Dark-Bus könntest du, ich, 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 ich nehme Turbots sogar als, ne, ich nehme Glurak mit, Glurak, damit ich die Sonne rauskriege und damit den Surfer negiere, also nicht negiere, aber ziemlich weit runterbringe, Digga-Spy gegen das Ampfer-Wurst und allgemein ist es Digga-Spy, ich, ich denke da nie viel nach, Leute, äh, sie hat keinen einzigen physischen Attack, außer vor die Pulver, das heißt, äh, Tentantel ist da eher nicht so gut aufgehoben, ich überlege, ob ich ab Qualip oder Turbots jetzt mitnehme, Turbots ist halt ein schneller Sweeper, aber gegen seinen Turbots, grad habe ich Ding, ging, äh, das habe ich das, ich denke, ich nehme Fiaro mit, ja, ne, vorbei, speziell, ja, speziellen Attacker habe ich jetzt einen, ich nehme Fiaro mit, Leute, wie schon gesagt, ich denke da nicht immer so viel nach, ich bin da eher der, der schnell raushaut und bisher hat es ja, naja, vier Siege und Niederlagen, da spricht er eigentlich versehlich, klar, können auch nur Doop-Gegner gewesen sein, aber, naja, ist bisher ganz gut gelaufen, und schauen wir mal, was der Gegner hier so mitbringt. Ah, ist auch ein bisschen befreit, mal wieder alleine zu kommentieren, aber es macht mir eigentlich auch sehr viel Spaß, äh, mit Mobile oder Joey oder irgendjemand anderen mit zu kommentieren. Ähm, sie hat, äh, ihr Tyranidator, Lidiz, sie auch, und ich habe mit meinen, ich glaube, äh, Glurak, jetzt schauen wir mal, wer eigentlich sein Wetter zuerst rausbringt. Ah, ich kriege es ja eh nur in der Megaentwicklung raus. Und jetzt ladet es gerade. Anspannung? Ist das ein Noob? Kein Sandsturm. Äh, da ich aber eine Steinattacke nicht wirklich, oh fuck, ich habe so große, äh, äh, Gesteinschwäche, deswegen wechsel ich einfach mal ein Digga-Speed. Schauen wir mal, ich hoffe, wir haben jetzt keinen Noob gekriegt, beziehungsweise es ist ja nicht so schlimm, weil dann kriegen wir einen Win, aber trotzdem, ich würde gerne einen guten Competitive-Kampf hier starten und sie wechselt in, okay, Steinhakel, gut, dass ich gewechselt bin. Und ja, das kratzt. Crit. Ich dachte jetzt schon, WTF, was war das? Ich bin sogar schneller als ein Tyranidator, glaube ich. Hat sie ein fliegendes Pokémon dabei? Nein. Gut, wie Spaß mit meinem Erdbeam. Ich bin schneller, soviel ich weiß. Yes, das wird ein One-Shot, soviel ich sie nicht geshesht ist. Yes, 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 yes. Schau mal, das erste Pokémon down. Sehr gut. Wird das ein schöner Digga-Speed-Sweep? Wir wissen es noch nicht. Ja, hier der Live-Orb. Schau, dass hier die Item-Closses in dem Kampfblatter ist, gar nicht so duftet, ne? Und wir haben nur eine halbe Stunde Zeit statt einer ganzen Stunde, aber naja, ist auch die Hälfte der Pokémon. Klingt logisch, ne? Sie exelt rein, ihr Greninja. Da ich das letzte Pokémon noch nicht kenne, wobei, jetzt müsste ich was sicher reinschicken und das ist schwer bei einem Greninja. Glurak kann ich nicht sicher reinschicken, ich muss Digga-Speed-Sweep hier sterben lassen. Ich kann keinen meiner Pokémon noch ein, ihr wisst schon was, ein Surfer oder sowas abkriegen lassen. Das gehe ich auf Quick Attack, vielleicht geht es ja auch Care-Wenn-Predicted über, und das macht, ja, die Hälfte Schaden, sehr nice. Und? Eistrahl, jawohl. Da hätte ich in meinem Pokémon wechseln können und dann auch Sturzflug, aber Risiko ist Risiko und das möchte ich nicht eingehen. Und damit ist auch der Trinklis-Speed-Sweep. Aber es hat sehr gute Arbeit geliefert, Despot hat schön gewonshottet und damit heißt es Glurak oder, ja, Glurak. Und gehen auf den Flammenwurf. Wobei, dann könntest du die mit Surfern überleben. Gehen wir auf den Solarstrahl, der sicherer ist. Ich schätze mal, wir gehen auf den Solarstrahl oder auf den Luftschritt, das ist das sicherste, was wir machen können. Wir werden nicht outspeeden. Und Luftschritt, sofern er natürlich trifft, wird es rausnehmen. So, dann gehen wir in die Mega-Entwicklung. Ich schätze, ich schätze, das ist echt ein Mood. Bisher hat er jetzt nichts Over-Predicted oder sie, ich sag immer, eher aus Gewohnheit. Äh, wahrscheinlich wird es jetzt hier auch ganz normal auf den Server gehen. Ich würde auf Eistrahl gehen, weil da hätte sie nur... Freeze! Und Hydro-Pumpe. Wow, sie trifft auch noch. Ja, Hydro-Pumpe spiele ich. Ja, wow. Sie trifft nicht. Aber die Wandlungskunst kommt trotzdem durch. Ja, da haben die Hexe wieder zugeschlagen. Und das überlebt sie ebenfalls nicht. Schade aber auch, aber der hätte mich nicht gekillt. Ich habe die Dürre draußen. Wenn es jetzt Spex gewesen wäre, hätte ich vielleicht gesagt, wow, hätte vielleicht reichen können. Und sie hat als letztes Pokémon. Und ihr? Fenexes, okay. Hat wahrscheinlich einen Donnerblitz drauf. Deswegen, ja, ist mir das egal. Gehe ich auf und zu einen Luftschnitt. Vielleicht kriege ich ja den Flinch. Und schauen wir mal, ist nicht schneller, okay. Aber Fenexa hat auch eine 115er Base und das könnte sie sogar reichen. Ja gut, reichen nicht, aber wenn es die Spex ist. So, jedes Pokémon hat hier irgendwie Spex vermute ich. Und das macht ihr den Über-Damage. Und sie ist Lefty, ist gut, der Kampf ist GG, weil ein Fiaro nimmt sie dann nach oben. Ja, GG Leute, ersten Kampf gewonnen. Ging relativ easy. Äh, ja, aber wir haben jetzt auch nicht hier die High-Rank-Gegner ever. Bitte kein Disconnect, weil sich schon wieder so lange überlegt. Komm schon, weil ihr es nicht schlimm ist. Oh gut. Great, aber ich glaube nicht, dass... Hat der gemeldet, Lui-Kanade? Ist das physisch oder speziell? Jetzt muss es eh aussetzen, oder? Lui-Kanade, mein... Loil, das gibt es ja auch noch. Aqua-Bits und Fauna-Statue. Da wird es halt nur 2 zu 0. Ob der Critics gemeldet hat, sagt er... Äh, 1-2 meine ich natürlich. Ob der Critics gemeldet hat, man vermag ich nicht zu sagen, aber der Sturz wird jetzt reichen. Und, ja, GG auf jeden Fall. Lui-Kanade, habe ich auch noch nicht gesehen. Vor allem nicht in Competitive. Noch nicht in Competitive gesehen. Naja, wie schon gesagt, wir sind hier ganz am Anfang der Leiter. Ja, schön, dass wir jetzt anfangen. Hätten ein paar schöne Folgen werden können, wenn wir das davor schon gemacht hätten. Und damit haben wir Erika. Okay, sie ist eine weibliche Person. So, das wissen wir es. Ich würde sagen, zweiter bis dritter geht noch. Kommt auf die Zeit an. Ich will ungefähr eine 20 Minuten einplanen. Das Rennen auch nicht, das nicht Jahre dauert. Wie schon gesagt, ich mache das ja auch eigentlich aus Zeitgründen. Aber da, einmal geht dazu. Kampfspeichern, nee, habe ich ja gerade aufgenommen. So, gelöscht. Jetzt. Es kann dann wollen. Warten, ja, ja, ja. Und möchte ich weiterkämpfen. Natürlich möchte ich weiterkämpfen. So, es wird automatisch gesucht. Ich dachte, ich muss noch irgendwas zur Bestätigung ein-Tipp, aber das muss ich nicht. Und ich rede dann ziemlich schnell. Damit teilen. Hey, du Höhnen. Na, Spaß. Du trittst in dieser Auswahl im Kampf an. Jawohl, Herausforderung annehmen. Und damit haben wir schon den ersten Sieg. Und, ja, wow, wir sind positiv. Mein Leben hat sich verändert. Schauen wir mal, wer für einen Gegner wir jetzt kriegen. Oh, jetzt könnte ich mal hier eine solche neue Seite anfangen. Beziehungsweise den Flass umdrehen. Papier zu sparen. Immer schön dran denken, Kinder. Und gibt es ein Thema, über das ich reden will? Heute ist Donnerstag. Also, bei euch ist jetzt Donnerstag. Bei mir ist jetzt Mittwoch. Und ich nehme jetzt auf und wir spielen gegen Hello. Gegen Ash. Okay, hatten wir ziemlich, ja, auch schon mal verloren. Ja, gut, wir haben auch ein Try-Thing. Wieso sage ich das immer so? Ja, ich sage es gleich. Ich habe es nicht vergessen. Leute, Bollen. Soll ich, soll die Stadt Tentantel? Bollenhelm auch schreiben, war das bei mir schon Standard mit Tentantel? Nido King. Also, das Team sieht schon mal nicht schlecht aus. Ziemlich vielseitig. Xerox, aber full offense. Neuvern. Ziemlich schnelles, gutes Pokémon. Panferno. Mit welchen Lied rechne ich hier? Ich schätze mal, es gibt keinen Lied, der wirklich Glurak Y noch was anfarben kann. Abgesehen, dass von Neuvern, aber da haben wir auch noch was. Dann ging die physischen Attacker, wobei er hat auch seine physische Attacker, könnten ja auch, äh, ich nehme ich einen Fiaro mit. Fiaro hat viele Feuerschrechen, aber das sind alles, Fiaro, Fiaro, Fiaro. Kampf gegangen bin. Schauen wir, sonst wieder klappt. Und ja, ich wollte erwähnen, der Adventskalender geht los. Am Samstag werde ich ein Video hochladen dazu. Auf jeden Fall, für die, die schon mal diesen Kampf schauen, ihr könnt auf jeden Fall geile Preise abstauben. Es sind super Preise dabei. Ich will euch jetzt nicht zu sehr spoilern, deswegen seid ihr es euch nicht. Also jeden Tag wird ein Adventskalender-Video kommen. Natürlich auch ein Let's Play-Part oder WiFi-Battle-Video. Und ich könnte echt saugeile, vor allem mit Pokémon Competitive zu tun haben, eine Preise gewinnen. Und mein Bildschirm ist eingeschlafen. Sehr gut, perfekt in der Aufnahme. Ich weiß gar nicht, ob man mich jetzt weiterhört. Und ich hoffe, es ist doch. Und ich gehe auf den Luftschnitt, dann, äh, ja. Ich hoffe, es ist nicht schneller oder einen Donnerschlag drauf, dann. Einen Donnerschlag würde ich einen überleben. Ich glaube schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, das ist Steinhagel drauf und will mich damit richtig trollen. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich bin schneller und treffe. Yes, bye, bye, Panthéren. Also wenn du nicht geshecht bist und du bist nicht geshecht. Nice. Erste Runde Panthéren draußen. Sehr gut. Wieso streicht das eigentlich hier durch? Weil ich ja noch nicht weiß. Ich weiß ja noch nicht mal, welche anderen gucken und sie noch dabei hat. Tyranitar. Hm. Ja, da schicke ich doch mal in Digga-Spy rein. Und diesem hat Sandstorm dabei. Da Rude Sandstorm. Na, Spaß. Hm. So. Ich muss nicht immer so blöd beugen, Leute. Es tut mir leid. Und hoffen wir mal, dass der Steinhagel oder die Steinkarte jetzt nicht trifft oder flinscht. Wobei, bei Steinkarte wenden wir bei meinem Glück kriege ich jetzt ein Crit gleich hinterher und sie trifft einfach dreimal, weil Steinkarte ist und die Steinkarte hasst mich. Es ist ein Megadest-Putter. Ist Megadest-Putter schneller? Ich weiß es nicht. Kann sein. Bitte geh nicht auf den D-Dance und tu mich damit, äh, nehmen. Steinhagel. Yes. Und er trifft. Ähm. War er schon wieder ein Crit? Nein, der hat echt so viel Schaden gemacht. Okay. E-Q. Hoffen wir einfach mal, dass wir schneller sind. Sie wechselt zurück. Okay. Sie wechselt Neuwellen rein. Okay. Pharaoh. Sehr gut. Pharaoh. Das ist, glaube ich, ein Two-Shot. Das ist ein Dicker-Speed. Und damit haben wir, ja, wir können das Koppel-Ext-Titel sehen. Oder I. Seins. Jetzt verwechsel ich das schon wieder. Wow. 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 Dicker-Speed. Ist das ein Spezielles? Ich glaube, es ist... Tschüss, Pharaoh. GG. Ähm. Man tut es kann danach mit Energieballen... Wobei, Energieballen... Nicht, ich werde Klug nochmal reinschicken, damit ich die Dürre draußen habe. Crit hat nicht gemäldert. Glaube ich jetzt nicht. Aber selbst wenn die Verräter mit Höchstens und Blattgeisel gehen können. Wobei, die hätte mich killen können. Aber ich werde hier meinen Dickers wie eh sterben lassen. Weil ich weiß gar nicht... Doch, ich bin schneller als... Despotar, oder? Schauen wir mal. Welche schneller als Despotar bin? Ich weiß es jetzt nicht. Könnte das ein GG sein? Schutzschild. Wow. Wow. Nein. Nicht Schutzschild. Das ist komplett mein ganzes Leben. Ich ziehe gerade an mir vorbei, weil Schutzschild aktiviert wurde. Was hat dir das jetzt gebracht? Wieso spielst du überhaupt einen Tyranitar mit Schutzschild? Bist du defensiv? Gibt es ja. Wir sind schneller. Ich glaube, das ist ein 3-0 geworden. Yes. GG. Easy, Leute. So stelle ich mir Kämpfe vor. Klar, wer jetzt nicht die High-Rack ist. Und wie man das auch immer ausspringt. Gegner. Aber der Kampf hat mir auf jeden Fall gefallen. Er heißt Ash. Es kann nur ein Hup sein. Er hat sogar... Er nennt sich Ash. Ich weiß es wie so ein Bild eingeblendet, wie ich Ash heiße. Ist immer ein junger Jahr. Spaß beiseite, Leute. Also zwei Siege. Und da wir erst zwölf Minuten aufnehmen, kommen Leute, hauen wir einen dritten Kampf raus. Dann machen wir das. Dann speichern möchte ich nicht. Habe ich ja keine aufgenommen. Ja, es kann warten. Und vielleicht kriegen wir jetzt einen besseren Gegner. Also bisher haben wir jetzt, ja, nicht die Besten gesehen. Wir haben schon Schilds auf Tyranitar gesehen. Kann natürlich sein, dass es die für Sieg war. Ich will jetzt keine Vermutung ausstellen. Und Digger Speed zersetzt. Äh, beziehungsweise der fährt die Gegner. Gefägt mir. So, dann machen wir mal hier eine neue Sette. Beziehungsweise da könnten noch sechs Pokémon hinpassen. Schreibe ich mir hier auf. Und schau mal, was sie mitnimmt. Oder er, oder sie, oder es. Ja, ja, mein Team. Vielleicht interessiert euch die E-Tems. Dann sage ich euch, die immer noch mal. Mein 4-Apo hat. Wow, die hat ein sehr gutes Rating. Also von denen können wir was erwarten. Okay, gut, das ist ein Japaner. Von denen können wir was erwarten. Wow. Zwei Ubers einfach. So eine Pussy. Durengard. Kangama. Entei. Wow, was für ein Tryhard-Team. Das ist ja nichts, meins ist nichts dagegen. Dracoran. Aber es ist ja auch ein Japaner. Japaner sind alle Noobs. Porrigon 2. Und Chris. Cresselia. Cresselia, wie kannst du mich so hintergehen? Schütze mal, sein Lied wird Dragoran sein, oder? Was nehme ich gegen Dragoran? Dragoran hat eine... Habe ich einen Freeze? Nein, ich habe keine Eisstrahlung dabei. Schütze mal, mein Lied wird Tentantel sein, weil ich die Donnerwelle noch drauf habe, oder? Bericht, 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 Bericht. Ja, ich habe die Donnerwelle drauf. Mein Fiaro-Lied. Mein Tentantel-Lied. Dann nehme ich den mit. Und Kanji Rocks bei Gelegenheit rausbringen. Und dann auf jeden Fall Dicker-Speed wegen EQ. Das ist der perfekte Dugend Guard-Counter. Und ansonsten, was hilft mir gegen Cresselia? Ich muss Tor-Bootz mitnehmen eigentlich gegen Cresselia. Ja, nehmen wir Tor-Bootz mit. Wie schon gesagt, ich denke nicht lange nach. Kann mir natürlich auch sein, dass Fiaro mich danach mit Brave Bird at all rettet. Aber naja. Yolo-Molo, sollte ich mal sagen. Und vielleicht gewinne den Kampf. Negativ können wir nicht mehr gehen. Das wären wir maximal heute drei Kämpfe. Und schauen wir mal. Hier werde ich auch ein bisschen mehr predikten, weil ich den Gegner nicht als ein bisschen besser einschätze mit seiner Elo. Schauen wir mal. Es ladet bis jetzt. Und es ist ein... Okay, es ist Japaner. Was erwarte ich denn? Was erwarte ich denn? Er leidet mit seinen Cresselia. Seriously, Bruder. Seriously. Was tut hier im Herzen weh, Liga? Das tut hier. Das tut dir richtig weh. Du kannst mich nicht toxiken, aber du wirst deine Scheiß-Sprits rausbringen. Bist du gehe auf T-Wave, weil du auswechseln willst. Und gib mir die... Er geht auch auf T-Wave. Oh Gott. Da hat sich das jetzt gelohnt. Fühlst du dich jetzt besser? Hier. Jetzt mache ich auch ein T-Wave. Ich hoffe, du kriegst die Parahaxe, weil du Cresselia benutzt und ich nicht. Es tut so im Herzen, wie Cresselia zu beleidigen. Es hat mir sowas von viel gebracht in der GPL. Es ist ein gutes Pokémon. Ein gutes Pokémon. So, ich bring die Rocks raus, damit ich potenzielle Sashes kaputt mache. Und die Multi-Shopper-Vertrage waren auch wichtig. Schauen wir, was er macht. Hoffentlich ist er kein Screener. Das ist mir noch nicht so sehr zu sagen. Da denkt er nach. Die Japsen-Meder. Da tun sie sowas, als ob sie nachdenken und durchkennt Nintendo. Hat Spaß. Ja, Adventskalender habe ich erwähnt. Ich habe zwei Skype-Nachrichten, aber scheiß drauf. Und er geht auf sein... Enter. Er hat mitgenommen. Bitte kriege ich dich die Full-Para. Und meine Kamera ist gar nicht leere. Scheiße, aber auch. Scheiße, aber auch. So, Tatstein, ich kriege sie durch. Sehr gut. Man, muss die Kamera jetzt leer gehen. Ich hoffe, ich kriege den Kaffner fertig, weil sonst seht ihr den Rest nicht. Aber ihr hört mal nach, mein kommentiertes Zeug. Es ladet. Okay, es ladet so da. Ich bleibe drückend noch auf die Donnerwelle. Ich denke, vielleicht prediktet er irgendwas. Und geht auf einen Schwertanz. Oder kann das Ding überhaupt Schwertanz? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich prediktet er irgendwas. Ne, er geht auf Leute auf Feuer. Das wird auch reichen. Wahrscheinlich ist die stärkste Feuer, also eine der besten physischen Attacken im Spiel, ja. Und aber das Tentanel auch schon down. Jo, juckt mich nicht. Und damit schicke ich meinen Digga-Spee rein. Oh, das wird echt schwer gegen Entei. Ich hätte vielleicht auch zweimal auf die Para gehen sollen. Damit hätte ich ihn rausgescaller. Auch wenn er die Screens rausgebracht hätte, wäre das blöd gewesen. Ihr versteht bestimmt, was ich meine. Und deswegen gehe ich hier auf meinen... Traue ich mich mal Erdbeben? Ich gehe auf Rückkehr, weil ich mich nicht traue, aufs Erdbeben zu gehen. Weil er vielleicht auf Drago Ran wechseln könnte. Oh, er bleibt drin und ich bin tatsächlich schneller. Vielleicht kriege ich ja irgendeinen Quit oder es reicht. Nein, es reicht nicht. Okay, scheiße, aber auch. Leute, Feuer. Trifft auch. Und wahrscheinlich kriegt er den Burn. Bei Michael kriegt er den Burn. 4 Kp. Halleluja. Aber er macht jetzt... Kann das Ding Turbo-Tempo? Kann das Ding Turbo-Tempo? Ich weiß es nicht. Ja. Das ist GG, Leute. Das ist GG. Daher habe ich falsch predicted. Crit hat natürlich... Na, der hat nicht gemäldert. Keine Sorge, der hat nicht gemäldert. Ja. Sofern mein Turbo jetzt nicht alles kaputt macht, wenn sie so noch live op... Haben wir ein Problem. Ich habe jetzt nicht super scheiße gespielt, aber... Ja, was hätte ich denn machen sollen? Entei war echt eine Prodrohung, die ich falsch eingeschätzt habe. So, auf welcher Tag gehe ich? Ich gehe auf und mache einen Spuckball, falls er in seinen Crusader wechseln will. Und hat er irgendeinen Kontain dabei? Ich gehe auf Spuckball. Falls er 3.0 rausholen will. Ne, geht auf Turbo-Tempo. Oder er ist ja nicht die Choice Bennett, wie wir gesehen haben. Und das macht aber auch. Das macht so viel Schaden. Also Entei ist echt ein Powerhouse. Habe ich unterschätzt. Aber wenigstens habe ich das Entei, das Ding ist mir getötet, habe. Ausgenommen. Und ja, die Kamera bling, bling, bling. Also, mir wird angezeigt, dass sie kein Akku mehr hat. Aber schauen wir mal, wie das bleibt. Und er wechselt rein in seinen Drago-Ran. Damit habe ich schon mal die Multischuppe down und der Zauberschein wird aber, glaube ich, nicht reichen. Außer ich habe jetzt einen Crit oder irgendwas, Zauberschein. Und er geht auf Turbo-Tempo vielleicht auch. Also, schneller bin ich auf jeden Fall. Wenn ich jetzt superluck habe. Er geht auf Turbo-Tempo, okay. Das könnten wir vielleicht überleben. Ach, Crit, na komm schon. Einen hätten wir überlebt, dann hätten wir vielleicht einen Crit bekommen. So ist das Leben, Leute. Ich will nicht wissen, ich will nicht sagen, was passiert wäre, wenn wir eventuell jetzt den Crit nicht bekommen hätten. Dann hätten wir eventuell noch gewinnen können, Crusader so rumschieben. Aber so ist das Leben, das ist mir scheißegal, Leute. Zweikämpfe gewonnen, ein verloren. Crit, ob der jetzt gemeldet hat. Ich denke, den Turbo-Tempo hätten wir eventuell überlebt, denn ich war ein auf HP, glaube ich, ausgelegt. Das Turbo-Tempo hört sich blöd an, ist aber so. Und dann hätte ich, äh, Zauberschein hätte vielleicht gereicht. Könnten wir aber nachkalken, damit wir alle Fehler hier beiseitigen. Wir haben ja die Zeit, Leute. So, Arzelf ist schon ausgewählt gegen Dragonite. Dragonite, Dragonite, Dragonite. Und ein Zauberschein, wie heißt es auf Englisch? Dazzlingling. Seht ihr, ich kann das noch auswendig. Okay, mit Multiscale hätte er 5, ja, der hätte nicht gereicht, nicht mal mit Multiscale weg. Okay, doch, Leute, er hat nicht gemeldet. Also, Leute, ich bedanke mich für euer Zuschauen. Es hat mir gefallen, auch mal das hier zu machen. 2 zu 1 gegangen gegen zwei Ubers. Zwei Ubers, ich wollte nicht sagen, Ubers, 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 nein, Spaß, zwei Seite. Ja, so ist das Leben, Leute. Danke für euer Zuschauen. Freut euch auf den Morgen gegen Kampf. Der letzte Tag der Wi-Fi-Battle-Woche. Danach am Samstag kommt das Adventskalender-Video. Und am Sonntag dann die GPL-Hinrundenanalyse. Ciao, Leute.